Griffe wie die Wellenlänge, die Schwingungsdauer, die Frequenz will ich jetzt akustisch mit der App Phyfox untersuchen. Wenn ich draufklicke, mache ich hier Audio-Oszilloskop und bekomme ein schönes Werkzeug. Ich muss auf Play drücken und dann einen Ton erzeugen und so einen schönen Sinuston geht nicht mit Singen, sondern immer so pfeifen. Dann habe ich da, dann ist das sinusfernig. Mich interessiert die Frequenz, dazu brauche ich die Zeit einer Schwingung. Also eine Schwingung ist immer so von Start bis Ende. Ich habe hier, das geht bei 0 los und habe dann 5 Millisekunden. Das lässt sich schwer zählen und deswegen nehme ich mehrere. Ich habe hier eine, also hier habe ich eine Schwingung durch und dann zähle ich mal, wie viele brauche ich für 5 Millisekunden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, fast 7. Also die Frequenz ist fast 7, 6,75, 6,75 Schwingungen in 5 Millisekunden in 0,005 Sekunden. Und dann komme ich auf 1350, 1 durch Sekunde ist Hertz. Also die Frequenz habe ich jetzt hier indirekt bestimmen können. Und die Wellenlänge könnte ich auch bestimmen. Es gibt die Formel C ist Lambda mal Frequenz und damit ist die Wellenlänge Lambda ist die Geschwindigkeit durch die Frequenz. Das ist 343 Meter pro Sekunde ungefähr durch diese Frequenz 1350 Hertz. Jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Aber rauskommen tun ungefähr so 25 Zentimeter. Ja, wir müssen da radieren hier, so radieren und dann schön sauber hinschreiben. Also Lambda ist 0,25 Meter. Ja, mit meinem Pfeifen erzeuge ich einen Ton, der ungefähr so ist. Ich kann jetzt wieder zurückgehen zu den Werkzeugen. Ach genau, wenn ich hier hinklicke, gibt Zustand speichern. Das ist ganz praktisch. Und wenn ihr laut seid, gibt es mehr Amplitude. Man kann tiefe und hohe Töne, man kann ja recht schön spielen. Also mit Zustand speichern und dann kann man in Ruhe das hier exportieren und anschauen. Mit mehr Werkzeugen lassen sich auch die Rohdaten in Excel exportieren. Weiteres Werkzeug ist hier das Audiospektrum. Das schaut dann so aus. Und wenn ich jetzt wieder diesen Pfeifton mache, dann springt gleich die Frequenz raus. Also ich habe es jetzt nicht geschafft, exakt den gleichen Ton zu treffen. Oder die Schallgeschwindigkeit hier im Arbeitszimmer ist ein bisschen anders. Aber interessant ist, dass man beides mal ausprobiert. Den Audio-Oszilloskop, ja, dann bekomme ich die Welle. Und Audio-Spektrum, da wird mir wirklich hier der Peak bei der Frequenz angezeigt. Und wenn ich mehrere Töne habe, so ein Orchester, dann habe ich hier mehrere Peaks, ja, so mehrere Frequenzen. Und unbedingt damit spielen.